Moin und herzlich willkommen auf Vutex MTG. Ja ihr seht, draußen ist es sunkel, nach der regulären Arbeit und der Familie bin ich heute am Mittwoch dazu gekommen, mit euch den zweiten Teil meines Privilees Pack Openings zu machen. Hier ist das gute Stück, falls ihr euch wundert wegen der Nummer, wir haben das Samstag ausgewürfelt und 1 bis 10, 10 bis 20, 10 bis 20 hat habe ich am Samstag aufgemacht, 1 bis 10 folgt heute und ich bin mega gespannt, ob wir einen der begehrten Walker ziehen oder auch eine der Karten, die ich haben möchte aus der Edition, geschweige denn auch irgendwelche anderen coolen Bomben, dann würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht so viel Zeit. Gehen ins Opening, ich bin gespannt, wir sehen uns auf der Spielmatte. So, auf der Spielmatte angekommen, hier liegt es schon vor uns und ich bin gespannt, schauen wir doch mal rein. Übrigens, falls ihr euch gewundert habt, was dieses Stahlgeflecht hier hinten ist oder der Stahlrahmen, das wird tatsächlich mein neues Kamerasetup. Dürft ihr auch gespannt drauf sein, man wird auf jeden Fall eine Veränderung feststellen, ich sag noch nicht zu viel, aber bessere Auflösung. Gut. Okay, gehen wir ins Opening, schauen wir mal, was in unserem Päckchen so drin ist. So, ich stehe auf diese Seite. So, und der nächste weiße Würfel. Weißen Würfel habe ich jetzt langsam. Das darf es auch gerne mal wieder eine andere Farbe sein. So, und da sieht sie auch schon mal wieder. So. So. So, genau, hier ist wieder unsere Promokarte drin, im neuen recycelbaren Päckchen. Booster legen wir erst noch mal auf die Seite. Dann schauen wir doch mal, was wir machen. So. 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 Gier, der noch nicht an. Gehlenführer Dommelgut. An das Fenster klopfen. Saverkarte. Novizin. Miss. Sehr coole Zombie-Dude. Bernte-Festwächterin. Ja, ich habe davor zugelernt, der Dude zu einem Dämon wird. Zack. Nochmal. Der Aufstieg der Ameisen. Schick. Wüster Grab, Wiedergeborene. Als Erste Ankammen. Röstling. Die Flipseite. Oh, oh. Jetzt habe ich wieder geteasert. Verdammt. Das ist die Rare. Rubenkämpferin aus Falkenrad. So, sorry. Da war anscheinend irgendwas kurz mit meinem Handy nicht hinaus. Rubenkämpferin aus Falkenrad. Dann haben wir die Ebene. Ob sie nicht so gekommen sind? Ach, wird besser. Der Tag- und Nacht-Token. Und die Platz-Seite kam. Ich frage mich, was jetzt tut. Ach, kein Futex MTG ohne Technikprobleme. So ist das. Ja, genau. So ist das. So. Und weiter geht's. Nächster Päckchen. Zack. So. Ah. Die Kürbis hat der andere. So. Den Schalter umlegen. Auch. Ja, ein cooler Counter-Spec. Ich muss allerdings noch vier draufzahlen, um den Zombie zu kriegen, aber vielleicht. Hauptmann des Suchtrupps. Messer-Schleuder-Wandhaus-Zeitner-Rat. Faktis-Blue. Wieder der Dude, der eingesperrt auf dem Friedhof sitzt. Kerzen-Schein-Kavaliere. Aus dem Keller-Krieg. Obwohl. Ist auch noch. Die findet auf jeden Fall. Von einem Zombie-Deck. Tavernen-Zerstörerin. 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 Oh nein. So. Springen der Hoffnung. Umgraben. Auf jeden Fall. spontan war es aus seinem friedhof in mission ich cool und dafür noch zwei lebenspunkte nice nice haben aber tatsächlich fällt mir gerade auf gar nicht so viele besondere art karten diesmal höchstische schädel auch eine nice karte und strakt zeugt einmal einer beliebigen farbe die für dich allerdings auch sehr gut eigentlich wirklich nice auch zwei erst mal fünf mal um sie zu transformieren aber ein artefakt construct mit chromatischer laterne schon geil also ich glaube die findet auch noch platz beim reparking und dann ja voller der überschleim so schön sagt loburg der überschleim ja es gibt ja wirklich viele text mittlerweile mit dieser karte und viele auch commander vorschläge ich bin gerade froh dass ich in diesem artwork gezogen habe da finde ich mega geil es ist ein bisschen voll drin wäre absolute bombe aber der der freut mich tatsächlich also er bringt mich richtig zum grinsen oder weiß nice und und warum war der cool ist warm und ein insect token der platzhalter als ich gerade gewundert habe das ist mein handy was da gerade leutet hoffe das ist ist mir egal wer mir jetzt schreibt jetzt wird gestreamt oder jetzt wird für die euro aufgemacht so weiterhin das nächste und dann machen wir doch einfach den ton aus so nächstes booster ach so übrigens grüße gehen raus tim war deine nachricht so silverschmied ausgabe nice auch noch nicht blick aus einer anderen welt das sieht doch mal nach einer frischen booster aus signal horn katar elektrische offenbarung und bin also das gehört dualwächterin heiße schick bei den ganzen händen weiß wirklich der eindringling allerdings auch nicht wie liegt der reisende tagaktiv noch mal der fleisch ein treiber jetzt in frontfoil bester dude großzügige seele hier geht er exakt schlecht und boom unsere wer ernte der guru und eine coole karte dann haben wir wieder ein gewirkt lassen rot eine vollkarte leuchenwolf dann haben wir wieder den menschentoken das ist so cool so dunkel und düster und da gehen wir jetzt nicht so so nachdem zwei booster dann noch verbleibend aufschrecken schick schick zu einer tor ungeladene festivalgeöste ungeladene festivalgeöste hoch der teufel schön wieder mit der checkulenter laterne geil mega nice ich feier das ding ich feier diese edition so hart ungebändigte meute ja wieder party of innistrad haben wir schon festgestellt so der silberbolzen da ist er nochmal zum werwürfe töten das ist auch übelst krass vom artwork der zombie blutvogel hammer mega krass vor allem ist irgendwie alles so ein bisschen vertauscht ne also der dude unten der sich verteidigt hat einen vogelkopf und der vogelzombie hat einen menschenkopf irgendwie so ein bisschen okay aber gut grüße gehen raus an den künstler nice nice geschichte viel fantasie so dann haben wir waldlandführer belagerungszombie auch eine coole geschichte dann sturmreiter der antefestinfiltrator der gibt auch in den antefest angreifer ich schon halloween of innistrad gefährliche nummer gefährliche nummer reise des firmaments der gezielte schuss krankenzahn kling gigantin ah nein nicht special artwork wir haben eigentlich tatsächlich gar noch gar keine special artwork da kommt die rare aber wir haben noch die verantwortung ausweiterin nice muss allerdings sagen ich habe das andere artwork von der karte auch schon gesehen und finden sie in dem artwork tatsächlich schon und die rare in dem fall ist sie hat meine begeisterung hält ich mich schon in grenzen aber wir sind ja noch nicht durch vielleicht haben wir noch die mögliche checken einen welcome to draft ja ganz ja bis jetzt die ausbeute also der schleim war schon geil die die homo mythic war schon mal nicht schlecht so und wir haben zwei booster left und schauen mal ob es da ein bisschen besser so zweiter ist blütige elementer wissen auch fehler nach dem sprach hinterhältige vertuschung leuchtfeuer der hoffnung ernte fest der fenstersturz den hat man tatsächlich auch noch ein gutes remover finde ich unter wasser grab ich wirklich wirklich cool nur nur wo ja special frame artwork schlapper der rauf bold der duell trainer auch eine gute noch eine special art jetzt kommen die special art works jetzt jetzt können es jetzt können es knallen hier im buch ach so die flippt ja meinerseits so schlüssel hoch reflektionen diese blätter film der ist da tatsächlich drüber t anna fähigkeit oder auch nicht schlecht war sie auch sein ein mana rock mit nicht schlecht die weh der brutale katana nichts neues und der flippt und wie drei lebenspunkte das überlegt man sich auf zwei mal aber bei drei erschlag schlecht wieder ein schickens romp jetzt 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 ich habe sie ich habe sie schick im moment müssen wir ein bisschen auskosten und das ganze genießen in vollgezogen nice da freue ich mich richtig drüber wirklich wirklich cool sieht sie nicht schick aus hammer oder wirklich cool wirklich wirklich nice yes cool sehr geil okay rare mythic pack elementwesen elementwesen togen wie nukes und hier die drinnen karte ja cool schick sehr geil ja der doppel das doppel rare pack aus dieser box war schon mal nicht schlecht also das opening lasse ich mir gerne gefallen das das ist wirklich gut wirklich wirklich gut wir haben den schleim gezogen wir haben den dicken mythic enge gezogen wir haben den ersten planeswalker der edition schon mal begeistert absolut mal gucken was im letzten pack hier noch kommt wie gesagt jetzt noch ein run and serve ich springe hier springen hier aus dem fenster ist sowieso der erste stock aber dann ist es richtig abkampf so wird ja so morgen nicht für jüngeren in standard so sorry verklegen so fangen wir jetzt an so morgenlicht für jüngeren silberschmied ausgehauen herzen schlecht soldarenstecherin auch mit dem coolen artwork wieder so du weißt du die nur mit sind so wieder der dude der eingesperrt ist der springwolf reichweite weiß der fledermäuse pack des blutes aber er ist schlägerin wieder auch blühen der trojaden auch eine coole karte und da sehen wir auch schon wenn du jetzt noch hier drin wirst ist auf jeden fall das highlight opening richtig richtig letzte ankamen und we are ending die finde ich auch cool tatsächlich also über sie freue ich mich auch mit ihr bin ich absolut grün sie kann ruhig zum ende des openings noch auftauchen ich finde die karte cool ich finde die stats cool die ist wirklich eine mega mega coole karte wirklich neu ist richtig gut schick das artwork noch mal ein bisschen darauf eingehen sie mit ihrer schlange da wirklich cool kann ich mich mit anfreunden fragt mich nicht ob wir bis jetzt irgendwie einen swan in voll dabei hatten ich glaube nicht ich glaube dass sie aus dem draf booster nicht kriegst oder nur ganz selten nagelt mich nicht fest ich bin mir nicht sicher aber und die neuen geistert auch schick wirklich cool also das aufnehmen hat auf jeden fall richtig spaß gemacht und ich bin auch mit meiner ausbeute mehr als zufrieden aus dem draf booster doch gut gezogen doch gut gezogen wirklich wirklich cool also wir sind auch wieder bei diesmal sogar 8 8 layers in mythics wovon also 8 layers davon zwei mythics wirklich cool also wirklich wirklich nice was ist doch mal nicht schlecht die ausbeute ich wirklich cool also wir haben den planeswalker edition gezogen wirklich cool also ja in diesem sinne gehen wir ins auto ist dann so das war es dann mit dem heutigen opening ich hoffe ihr hattet spaß auf jeden fall wir haben wirklich gut gezogen wir haben den ersten walker der edition schon mal das ist schon mal wirklich gut und freut mich tierisch wir haben einige andere wirklich gute rares in mythics gezogen und ich bin gespannt auf die set booster box ich kann das gar nicht erwarten mir kribbelt schon die finger vor dem wochenende das teil mit euch zusammen aufzumachen das wird dann auch dementsprechend ein sehr sehr ausgiebiges video wird vielleicht nicht mehr auf alle karten eingehen aber ich richtig richtig und ja wie gesagt danke doch mal tim für deine nachricht die uns erreicht hat in dem video wie gesagt grüße gehen raus und ansonsten wenn ihr kein weiteres video verpassen wollt denkt an abonnieren glocke aktivieren kommentare likes und wie gesagt verzeiht mir immer noch die ein oder anderen tonaussetzer ich kann es leider echt nicht halten im moment ist das mit dem mikro ich versuche da immer noch anstellungen zu finden ich verstehe nicht warum ob es das ab und zu mal einfach ausknipst dieses ganze diese ganze tonaufnahme es tut mir wirklich leid wie gesagt ich gebe mir mühe ich hoffe ich stört es nicht so sehr manchmal fällt es auch gar nicht auf und manchmal ist es auch besser wenn ich nicht so viel quatsche ansonsten schaut euch hier um hier sind noch einige videos auch das letzte zum mal das letzte video vom letzten previews opening schaut mal rein würde mich freuen ansonsten würde ich noch einen schönen abend und tschüss